ARD Text im Auftrag von Funk Wenn Sie glauben, Sie können mir ans Bein pissen, dann lecken Sie mich doch gleich noch am Arsch. Soll ich ihn verhaften? Verhaften Sie die Vietnamesin. Warum gehen wir nicht weg? Ich glaube, dass du der Einzige in diesem Dreckshafen bist, der mich noch über mich trage. Ich hab's dir gesagt, der Schöne herrmacht rüber. Conny, wir haben doch gesagt, wir gehen auf See! So nicht. Wenn ich was für euch hätte, dann kommen Conny und ich auf See. Du hast wahr zu verraten! Du und deine Scheißgerechtigkeit! Schmidt hat dich im Stich gelassen. Wo will er mit dir hin? Wir sehen uns in Hamburg. Hörst du mich verpfiffen, Schmidt? Ihr Schweine! Wenn der sich im Knast nicht zu schulden kommen lässt, ist er weg. Was aber, wenn sie wüsste, dass er gar nicht mehr kommt? Wie meint sie das? Ich schreibe ihn. Bist du ein Spitzel, Schmidt? Ich bin dein Freund. Manchmal denke ich, sie verheimlichen mir doch was. Wir wollten aber aufs Meer. Hier dran darfst du niemals vergessen, warum du rüber wolltest. Niemals.